Das Wasser ist von der Temperatur und der Klarheit absolut fantastisch. Aber es ist doch noch ziemlich wild, obwohl es eigentlich einen Riff hat und die größten Wellen sich da brechen, sonst könnte man ja gar nicht ins Wasser gehen. Aber heute ist es echt eine Herausforderung. Du musst immer aufpassen, dass du nicht abgetrieben wirst, entweder die eine oder die andere Seite. Und man muss immer arbeiten, das ist schon anstrengend, aber es ist auch ganz großartig. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung im Auftrag des ZDF, Musik Musik